Ja, es hat jetzt länger gedauert, wieder ein Video zu drehen. Es tut mir leid, aber im Sommer waren sehr viele Sachen ums Haus herum zu machen. Außerdem habe ich meinen Roman den Mörder aus der Zukunft so weit bringen müssen, dass er auf Amazon jetzt als E-Book, als Taschenbuch, als gebundene Ausgabe zu bestellen ist. Es hat zwar erst eine Zwei-Sterne-Bewertung, da kann es aber viele Gründe geben, dass es jemand gelesen hat, weil es ist auch in Unlimited, wo man lesen kann, wenn man dieses Unlimited hat, so viele Bücher wie man möchte. Dass der eigentlich normalerweise Science-Faction-Zeitreise-Sachen gar nicht gerne liest. Oder eben, es war leider zuerst noch eine Version drauf mit Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Das ist aber mittlerweile auch ausgebessert worden, lektoriert worden und jetzt ist eine Version drauf, wo man sagen kann, da kann nicht mehr viel falsch sein. Falls jemand Interesse hat an Zeitreisen, käme ich, ich gebe unten den Link rein, bezüglich der Bewertung. Ich habe aber gesehen, zum Beispiel Jeff L. Deaver, der Knochenjäger, hat der geschrieben, das ist ja verfilmt worden mit Denzel Washington und auch mit der Angel Jolie. Auch er hat zwar Sterne-Bewertungen, also es kann immer jemanden geben, der sich für ein Buch oder einen Roman nicht wirklich begeistern kann. Aber falls ihr Interesse habt, falls ihr gerne etwas lest, falls euch das Thema Zeitreise interessiert und dann noch Krimi, gebe ich unten den Link auf Amazon hin, damit ihr euch vielleicht dieses Buch anschaut, zumindest die Leseprobe liest. Okay, soviel zum Buch und warum ich alles so lange gebraucht habe, bis ich wieder ein Video drehe. Und das Video heute, das mache ich jetzt einmal so, dass wir das meiner Hunden tun. Das Video heute, da geht es um diese Waggons, die habe ich ja schon ewig lang zu Hause, aber ich habe sie noch immer nicht ausgepackt. Die werden wir heute auspacken. Sie sind ja von Juif und sind Waggons, die Trans Europe Express Paris Dortmund, war der unterwegs. Und es dürften wirklich schöne Modelle sein. Ich habe ja schon ein Video drauf, mit anderen Waggons. Ich glaube, den Orient Express von Jair. Und die waren wirklich exzellent bearbeitet oder verarbeitet, muss man sagen. Ich packe da einmal einen aus, um zu sehen. Gut, die sind auch gut verpackt, wie ihr sehen könnt. So. Sie sind ein bisschen leichter, als wir die von Eurendelle. So. Sie sind ein bisschen leichter, als wir die von Eurendelle. Express. Also nehme ich an, dass diese eben, aber sie sind wirklich wunderschön verarbeitet, wie ihr sehen könnt. Ich zeige das auch besser. Sie haben die schöne Zeichnung. Sie haben ganz feine Schriftansätze, eben, die man sehen kann. Auch die Tafel ist drauf, wo eben von Dope ist, wo diese Waggons unterwegs sind. Was ich jetzt nicht noch weiß, weil bei dem Orient Express war schon digitalisiert, zumindest die Lichter, auch hier wunderschön verarbeitet. Schöne Arbeit. Oben wunderschöne Arbeit. Man sieht da, ich weiß nicht, ob man das jetzt so schön sieht, so vielleicht, dass die Innenausstattung auch sehr schön ist, mit roten Bänken. Also, ich muss sagen, diese Firma, die macht wirklich schöne Arbeiten. Da sieht man zum Beispiel, dass die Türen und Wände aus Glas sind innen drinnen. Das müsste man auch erkennen. Also, wirklich eine schöne Arbeit von dieser Firma. Ja gut, ich habe gar nicht testen müssen, sondern das sind diese von der Orient Express. Und da sieht man schon die Stromabnehmer, damit eben bei denen leuchtet. Und das haben diese Waggons leider nicht. Das heißt, die haben noch keinen Stromabnehmer. Das heißt, die haben auch kein Licht drinnen. Oder vielleicht haben sie sogar die Lampen eingebaut, aber noch keinen Stromabnehmer. Das muss ich erst herausfinden. Aber dazu muss ich auch schauen, wie ich das wirklich runter bekomme. Okay, dann haben wir da, was sind wir da drinnen? So geht es auch. Ja, das hat ein milchiges Glas, kommt mir so an. Nein, das ist nur das drüber. Ah, das ist der Speisewagen. Da war es eben einmal so, dass man auch rein sieht ein bisschen. Ja, der Speisewagen. Was ist das für eine Wahl? Das ist jetzt dann wahrscheinlich der zweite Klasse. Klasse. Mal schauen, da sieht man auch hinein, glaube ich. Ah, da ist sogar ein paar drinnen. Nicht schlecht. An der Seite vielleicht sieht man das besser. Ein paar. Ja. Auch wieder die Sitze. Jetzt rein. Jetzt rein. Ja, passt. Das ist die zweite Klasse. Also das war das eine, die B. Da ist glaube ich B drauf gestanden. Das ist eine Zwischenklasse wahrscheinlich, weil da auch der Speisesaal eine Bar dabei war. Und das ist jetzt die zweite Klasse. Und da hat er hinten offensichtlich noch den Gepäcks, Gepäckabteilung. Und das sieht man auch hinein. Also wunderschön verarbeitet. Auch von der Farbe her. Sieht ihr auch da oben. Alles wunderschön gemacht. Wirklich schöne Waggons. Wenn man die passende Lok dann dazu hat, muss das wunderschön ausschauen. Ja, soviel mal zu diesen vier Waggons, die wunderschön sind. Wann ich die Zeit haben werde, da Licht einzubauen, keine Ahnung. Aber es sollte irgendwann einmal passieren. Und ich werde es natürlich auch wieder filmen. Danke, dass ihr mitgeschaut habt oder angeschaut habt. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Wenn ihr noch keine Abonnenten sind, freue ich Abonnent seid. Ihr noch kein Abonnent seid, sondern dass ich es deutsch ausspreche, freue ich mich auch über ein Abo. Danke auch, und das möchte ich auch jetzt natürlich dafür erwähnen, danke für 700, zur Zeit 713 Abonnenten, dass ich die Zahl 700 geschafft habe. Wundert mich selber. Auch deswegen, weil jetzt länger kein Video war. Aber danke, dass ihr mich abonniert und dass ihr sozusagen an mir festhält. Weiterhin alles Gute an euch und viel Freude an natürlich MOBA Sachen oder viel Freude natürlich auch an eurer eigenen Eisenbahn, Modellbahn, die ihr habt. Und macht weiter so. Es macht Spaß. Besonders jetzt im Winter wieder, wo man nicht sehr viel draußen zu tun hat. Dann kann man ja die Zeit wirklich wieder für solche Dinge verwenden. Ciao. 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 Ciao.